Schuhe zum Dirndl. Ich habe letztes Jahr darüber schon was gemacht, aber hier kommen ja ab und zu neue Leute dazu, deshalb hier jetzt nochmal ein Wrap-Up. Generell gelten hier nur zwei Grundregeln. Geschlossenes und bequemes Schuhwerk. Ein Wiesentag ist lang und dreckig. Allgemein kann man sagen, dass alles mit Wildleder eigentlich immer geht, da der Vibe einfach zu trachten stimmt. Den solltet ihr imprägnieren. Wem es nicht gefällt, dass diese Boots irgendwann mal an Oll ausschauen, dem rate ich zu hellbeigen Glattleder-Enkel-Boots. Die Farbe passt meistens zu fast allen Dirndln. Wer allerdings auf Cowboy-Boots zurückgreift, geht eher in Richtung kulturelles Country-Crossover und wird oft mit einem Bombastic-Side-Eye hier von den Bayern abgestraft. Doc Martens ist der Klassiker von Gen Z. Millennials hingegen schwören auf ihren weißen Sneakers, so let them be. Instagirls, die eingeladen sind an einem Tisch, wo sie sich kaum bewegen müssen, ziehen gerne auch mal hohe Schuhe an. Auch mit Schleifen. Offene Schuhe sehen wir fast nie, weil niemand so blöd ist.